Einen wunderschönen, guten Montag. Das ist mein Montagswort für die nächste Zeit, für die nächsten vier Wochen. Montag wollen wir so ein bisschen das Herz-Kreislauf-System neben den Burpees noch mit in Schwung bringen. Heute eine ganz einfache Nummer. Ach, ihr könnt grundsätzlich natürlich immer raus, immer raus, geht immer raus, laufen, wandern, fahrradfahren, bester Fuchswasser, macht das alles, was wir euch gezeigt haben, auch draußen. Frische Luft und Sonne und Licht ist das Beste, was ihr euch für ein Immunsystem tun könnt, zusammen mit den Tränen. Heute zwei Sachen. Hambelhahn, Bruno Kemper, der kann quasi Beine geschlossen an, Hände hier, und dann ganz locker durchziehen. Und guckt immer, dass er, wenn er die macht, versucht darauf zu achten, dass er so eine Tränsfrage den Schulterkörder oder den Nackenbereich locker zu lassen. Das ist wirklich so ein bisschen aus der Tastie heraus abzuarbeiten. Guckt er 30 bis 50, die Superhütten, vielleicht sogar 100 Stück, dass er die absolviert. Dann direkt runter und Supermeng und Rücken. Aber hier versucht er, dass hier nur der Po aufliegt und hier oben, dass auch die Schultern preisen. Und wir wirklich hier eine Spannung im Bauch reinkriegen. Und das haltet er so lange, wie ihr könnt. Dann macht er 30 bis 60 Sekunden Pause und guckt auch wie immer, dass er je nach Trainingsniveau und aktuellen Zustand 5 bis 15 Runden durchzieht. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.